Unser Zielverteidiger ist John Lawrence von Koma Kite, zweifacher Sieger der unter 18-Jährigen von der Elf Valley Konferenz. Daniel Larusso, Miyagi do Karate! Daniel Larusso hat 15 Minuten Zeit, in den Ring zurückzukehren. Wenn Larusso nicht dazu in der Lage ist, wird John Lawrence der erste Platz zu erkannt werden. Daniel Larusso wird kämpfen? Daniel Larusso wird kämpfen! Also damit hatte sicher niemand mehr gehebtet. Ein Punkt für Larusso! Tja, das sind zwei für Larusso! Und dann, wenn du, geh zu deinem Sensei, umdrehen und knien. Geh wieder an seinen Bein. Hast du ein Problem damit? Bestimmt nicht, Sensei! Du weißt keine Gnade. Wahnsinn, Johnny! Ein Punkt, Lawrence! Ein Punkt, Lawrence! Er steht 2-2! Verwärmung wegen unerlaubtem Kontakt zum Fliegen. Fertig! Heiß! Sieger! Sie sind die Gnade! Sie sind die Gnade! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020